joni moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play world of warships hier heute mit dem lieben big worm ja mal zeit und direkt die fehlermeldung im mittagrund wunderschön da der big worm noch nicht so weit ist habe ich mir extra noch ein schiffchen in die garage gestellt ja das muss wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen auf sie fahrten ein schiff ist jetzt aber mit gefecht hast du noch ein zweier ab und zwei jahre aber sehr froh sein für leute die oder workshops auf meinem kanal verfolgen die werden dann vielleicht schon festgestellt haben dass ich seit dem letzten mal nicht sehr viel weiter gespielt habe die leute die bei mir gucken werden feststellen dass ich jetzt seit drei wochen nicht hochgeladen oder seit vier können auch schon sein ja gab ja auch ein paar technische probleme bei dir ja deswegen werde ich auch das nicht so früh hoch dran kannst du es hochladen wann du willst aber muss noch gucken ja auch den nächsten dem probier folgen so weit haben wir denn da warum lädt das bei mir noch nicht verdammte aufnahme immer dass das liegt dann wird doch auch nicht mal schlau gelesen das haben viele das problem ja ich habe das problem allerdings auch bei bei world of tanks das sobald ich mit aufnahme mache dann dann braucht er ewig zum laden bin so klein ach das kein problem ich mag dich trotzdem und auch nicht klar gerade eben noch in mexiko und co gefahren und jetzt so klein ist ja sowas passiert halt wenn man mit dem big worm spielt da muss man auch mal kleine schiffe verfahren geht es schon los ja ich noch nicht bin leichter über zwei minuten was oh gott ja ich gebe das vollen schub ob wir hätten in den aufnahmestellen gehen soll ja ja naja wenn dann rein schmeißen was raus selbst wenn man im aufnahme channel ist kommt irgendwann mal ein baum vorbei ich zum glück nie ja doch ich hatte das schon in meiner ich glaube in der ersten world of warships aufnahme ist ja nicht so wild ist ja alles lustig ist ja alles für spaß hier gelaufen ja 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 ich bin schon hier voll volles mit unterwegs hier ich bräuchte fahrt voraus ja mops geschwindigkeit die habe ich habe nur 20 knoten ich komme an der schiff dahinten nicht ran jetzt auch nicht ist ein japanischer zerstörer das war ja schon heute das geworfen da ist der zerstörer da komme ich ran sogar getroffen oh gott nur schmeißt du einfach zurück ab keine ich habe dafür sehr starke geschütze und bin in bewegung ja über eine minute ja ich lauf glaube ich auch oh gott oh gott da ist ein schiff neben mir ja 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 irgendwo hatte ich doch mal hier habe ich schon wieder die taste vergessen der man das ziel verfolgen konnte beziehungsweise seine seine murmeln hier entweder wenn du noch auf standard hast dann müsste es z sein ich habe es auf y geklickt z war es nicht mehr ich habe das irgendwann mal umgelegt aber jetzt wollen wir nicht z ich glaube ich habe es auf mittlere maustaste gelegt gleich mal ausprobieren ich werde beschossen ich brenne hatte bis eben keinen motor die mittlere maustaste jetzt habe ich es war eine von meinen maus sondertasten jetzt kann man auch noch ständig kuchen verfolgen wie sehr schön ins wasser platzchen toll das war dann wohl daneben und der nächste so schön wenn man immer mensch ich brenne immer noch was ist da los noch kein eimer mehr hier da muss man heute vorhalten und zerstörer sind ja schnell der gegner schluss zerstörer sind flink wie nix problem ist jetzt aber kann mutter habe ich auch keinen mutter motoren werden überbewertet alter freaks dealer da hinten gehe ich ran gab schon wieder kein motor mensch was machst du denn damit immer du hast ja ein verschleißer verstehe ich leider am offenen feuer ja ich komme nicht schnell genug hin um die die beihilfe leisten zu können ich gehe unter vier kills gehe ich unter die beibringen welchen herätt sich Oha, da wurde ich getroffen. Sollte mich vielleicht auch mal ein bisschen bewegen, ne? Könntest du machen, ja. So läuft das doch hier. Ui, da ist noch ne Bolle Dresden. Alles komm, stirb. Geh endlich unter, Sauhund. Sinke! Du Arsch! Ja! Ich hab nen Kill! Aufsteuer, Boot! Ich bin gleich im Arsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aaaaaaahhhhhh, aaaaaaahhhhhh, bin sowas von im Arsch. Out, 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 Backboard! Hauptturm unbrauchbar. Und da bin ich in zwei schön in der Mitte durchgerissen. Können wir aber noch schaffen. Ja, ist ja zwei gegen zwei jetzt hier, ne? Dresden gegen Dresden. Ich würd' sagen, Dresden gewinnt. Äh, Leipzig gewinnt. Ah, Leipzig? Ja, Leipzig. Kommst du denn da jetzt drauf? Also nicht. Ich vollidiot guck natürlich erst mal, oder drück erst mal Tab und guck, äh, wie, welche Leipzig denn? Lässt er mich hier erstmal wieder voll ins offene Messer laufen? Ich glaube, ich muss mir echt mal ein neues Netzteil holen. Wie macht das für die Probleme? Lass mal so, für mein Setup brauche ich 500 Watt, ich habe aber nur 400 Setup. Äh, ja. Fehlt was, ne? Ein bisschen, ne? Ja. Ich wollte demnächst mal an die See fahren, soll ich dir ein paar Kilowatt mitbringen? Ne, lass mal. Oh Gott, der Witz ist, der Witz ist ja so alt. Wenn du was? Wenn die Festplatten, die ich habe, also ich habe ja mehrere drinne, und beide kommen mir permanent aus, weil ich halt keine Watt habe. Oh Mann, du lebst echt am Limit. Oh, wörtlich, das mal ich auf den Festplatten World of Warships hab und Co. Das wollte ich da drauf haben. Ich habe momentan zwei, naja, vielleicht drei. Also zwei interne, eine ist nur für Windows und Konsorten. Und eine, die ist für alles andere. Und dann habe ich noch eine externe. Und... Noch mal zwei 500er, äh, die nicht wirklich laufen. Oh, hier. Der externe. Guck dir das an, der macht hier erstmal schön. Tokio trifft. Mit seinem Schiff. Okay, bin nicht mehr drinne. Oh. Er sagt das doch. Oh, ich dachte, du kommst selber drin. Ja, wie soll ich denn darauf kommen? Äh, dann gehe ich auch zum Hafen. So, Gefecht verlassen, ja. So, dann können wir ja nochmal einen Non-Dryer machen, ne? Wie läuft. Ach, dort sind sie ja. Ihre den Helden. Was ist eine Auszeichnung bekommen? Ich habe eine Million Credits gekriegt. So, die Mission. Ja, Stufe 6 des Webpasses wurde erreicht. Yay! Ach. Du hast das erreicht. Ich bin so Elite. Ich bin bereit. Ich bin Stufe 11 und schon im gewerteten Spielrang 14. Gewertete Spieler habe ich noch gar nicht gemacht. Kann ich da mit einem 3er überhaupt rein? Nein. Ah, siehst du? Erstens. Das erklärt einiges. Was, ab 5? Oh, Gott. Stopp Stufe 5. Da muss ich mich nochmal ein bisschen reinhängen, hier, wa? Stopp Stufe 6 lohnt es sich. Aber ich habe gerade momentan so viele Spiele, die ich spielen muss. Hast du die, die du spielen musst? Es ist immer so diese Standardausrede von Let's Playern, habe ich das Gefühl. Entweder ich habe so viele Spiele, die ich noch spielen muss, oder es gibt im Moment so wenig Spiele, die man spielen kann. Eine Ausrede ist immer noch am besten. Ich habe derzeit keinen Bock. Äh, die hatte ich auch schon mal. Habe ich permanent. Ich habe immer keine Lust, alleine aufzunehmen. Das stört mich nicht. Ja, ich finde das dann immer so ein bisschen, ein bisschen fad. Fällt mir immer ein bisschen schwer, immer noch mit mir selber zu reden. Ja, das tue ich so, der so Tag, der Tag, der Tag und der Tag und der Tag. Ja, ja. Der Steven und seine, seine Grundschizophrenie. Das will ich doch. Ja, ich lasse euch. Ja, aber im Moment, ich spiele jetzt wieder Panzerfestung. Ja, bei mir ist, wie gesagt, die drei Spiele von Wargaming, World of Tanks, World of Warships und World of Warplanes. Und dann spiele ich auf jeden Fall sehr viel Rocket League im Moment. Und zum einen im Let's Play und zum anderen halt noch privat so ein bisschen. Ich bin da ja auch mittlerweile in einer ESL beigetreten. Und spiele dann halt ESL mäßig jetzt auch noch 1 gegen 1. Und euer ESL. Was? Du und deine ESL. Ja. Es läuft sogar richtig scheiße momentan. Also ich kriege sehr oft auf den Sack. Von 450 oder so, äh, von 250 Spielern, also zumindest die, die schon mal ein Spiel gespielt haben, also ein Match gespielt haben, bin ich auf Platz 230 bis 240. War ich jetzt... Diana habe ich noch nie gesehen. Was hast du noch nie gesehen? Diana. Alter. Gleich erst mal Hauptturm und Steuerung zerlegt hier. Was soll denn das? Drück jetzt zweimal Q und fahr nur noch im Kreis. Wer meine Aufnahmen kennt, erkennt das noch aus einer anderen Aufnahme, wo ich damit einfach mal so Schlachtüfe versenkt habe. Äh, ja, ich glaube, ich habe die Zocke gesehen. Äh, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Äh, ein bisschen zu kurz. Ja, that's what she said. Na gut, dann fangen wir mal wieder geradeaus. Aber es ist so alles an Spielen derzeit habe, die ich eigentlich, äh, aufnehmen will, also darüber will ich ja gar nicht so viele Spiele. Ich habe mich, glaube ich, ein wenig zu weit ins offene Meer gebargt hier. Ich fühle mich doch ein wenig unbedeckt. Ich helfe dir doch schon. Ja, ja. Klaus mir den Kill. Das auch. Guck mal, das ist ein Schlachtschiff. Was? Wo? Oh, die ist auch Carolina. Ich kann die Symbole immer noch nicht voneinander unterscheiden. Alter, der olle Zerstörer versteckt sich da hinten, wa? Ich glaube, der kann mir entfliehen, wa? Aber nicht mit mir, wa? Wie gut ist ein Flügel. Wo stehe ich denn? Achso, bei mir ist irgendwas im Arsch. Granate schluckt so weit durch. Hoppturnen unbrauchbar. Wunderbar. Ich will auch hier nur weg. Ich will dann nur ein Glücksbärchen sein. Ich will zwar auch, der nur noch im Grau ist. Zweimal Q hast du gesagt, ne? Zweimal Q und dann wurde das auf Max eingestellt. Okay. Und dann drehe ich mich jetzt auch mal. Das ist gut. Oh, die South Carolina macht, glaube ich, gerade einen Fehler. Sie ignoriert mich total. Okay, sie ignoriert mich nicht mehr. Jetzt ignoriert sie? Und ich bin in Dutten. Na denn? Ich bin schon mal über 100 Treffer. Wow, so weit. Wo ist er denn jetzt? Wo komme ich denn jetzt hier mal schnell zu dir? Nee, nee, da ist er. Der Steven. Aua. Das hat gesessen. Noch ein bisschen. Und den packst du auf jeden Fall noch. Jawohl. Ach. Ja. Und täglich grüßt der Kreisverkehr. Genau. Ich habe letzte Woche schon eine Aufnahme hochgeladen von World of Warplanes. Da bin ich dann mal alleine geflogen. Ich habe mir gedacht, ach, das kriege ich auch ohne den Ziegen hin. Es war eine Katastrophe. Ja. Im ersten Gefecht bin ich freiwillig ins Wasser geflogen. Oder unfreiwillig, freiwillig. Aber unfreiwillig, freiwillig ist das auch nicht. Na ja, ich wollte eigentlich, weil der, der mich verfolgt hat, der war auf jeden Fall wendiger als ich. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann nutze ich halt meine Motorleistung. Wollte ein bisschen geradeaus fliegen, ein bisschen links, rechts trudeln, aber hier voll Schub geben. Und na ja, ich dachte, ich würde gerade bzw. im leichten Steigflug sein. War aber doch relativ im Sinkflug. Du hast, glaube ich, nicht den künstlichen Horizont an, ne? Du, da fragst du mich jetzt was. Ja, dann hättest du es nämlich gesehen, ob du steigst oder so. Also wenn, dann habe ich da nicht drauf geachtet. Ich habe den Zerstörer noch auf den Brand geschossen mit der letzten Kugel. Ja, mein Glückwunsch. Ich glaube, das Gewinn war. Okay, wie kommt ihr da jetzt so? Ja, wir haben noch ganz viele Schiffe mit Polar B. Ah. Hier wird es gerade langweilig. Das geht bei ihm ab. Ja, und hier ist die South Carolina, der hier weg. Nur weil ich glaube, der schießt mit Heu. Ich glaube, der brennt aber, glaube ich, aus, die eine. Und tschüss. Gut, da wird es jetzt. Das haben wir hier noch. Der schießt ja noch. Ich glaube, schon, das Gewinn war. Du bist aber schon noch im Gefecht, ne? Ja. Nicht, dass du dich hier einfach wieder rausschlägst, um mir Bescheid zu sagen. Keine Halt. Ich weiß nicht, ich tue nur so, als würde ich jetzt hier gucken. Ja, ja. Ah, guck mal, jetzt hat der mit zum Bues gesetzt. Jetzt habe ich zufällig mal gerade auf meinen Wrack geschaltet und mich gefragt, wo ich nichts sehe. Was ist mit ihm hier? Ist der AFK? Die eine Dresden von uns? Ja, die ist AFK. Sehr spannend. Tabu. Ist auch fernab. Er ist ein Schönen in zwei geteilt worden. Man, 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 das ist hier die ganze Action. Ja. Also, alle bei mir gucken, bei mir ist wenig Action. Hey. Auch in meinem Video wahrscheinlich erst Ende Dezember rauskommt. Ja. Ja. Ne? Würden wir näher dann sehen. Überleg dir das mal nicht wieder an. Dein Kanal wird auf jeden Fall wieder bei mir verlinkt. Äh. Kann man ja abonnieren und dann sieht man ja, wenn ein Video kommt. Nicht? Gleich. Toll, diese neue Technik. Macht welche neue Technik? Äh. Äh. So mit Linkens. Und Abonnieren. Das ist doch schon so alt. Oh, ich hab mich da grad so dran gewöhnt. Ich bin noch nicht alt. Ja, für mich, äh. Ich bin noch von Up to Date. Ähm, ja. Oh. Ja, jetzt sag nichts Falsches. Habe ich nicht wahr. Nee, ich hatte es deswegen gesagt, es war komisch. Ich glaube, ich suche Respekt vor älteren Menschen. Du Arsch. Dass du älter bist, das ist glaube ich klar. Ja. So ein bisschen. Ja, nur so ein bisschen. Wenn du achst. Ein, zwei Tage vielleicht. Ja. Ich bin auf jeden Fall noch voll jung und voll hip. Sagen die coolen Kids eigentlich noch hip? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Verdammt. Aber ich war selber nie unter den Kugeln. Von daher, ey. Tja. Boah. Da ist die Diana denn auch auf dem Meeresgrund gesunken. Was? Doch, wir verkackten doch noch. Mit dem einem AFKler hier können wir das auf jeden Fall noch rocken. Ah, nöbel. Jetzt wird er beschossen. Ist doch gut, solange sie auf den gehen. Können die anderen auf die anderen gehen. Ja. Wenn die anderen das mal machen würden. Tun sie ja. Die haben nur lange Ladezeichen. Das sind Software-Liners. Ich glaube, 20, 24 Sekunden. Das weißt du hier nicht. Ich kenne dich doch hier nicht so aus. Dafür habe ich doch dich hier als Profi. Na guck mal, die eine AFK-Liner ist jetzt schon tot. Ich kenne dich gerade, wo der letzte Kreuzer ist von denen. Vollberg. Keine Ahnung, vielleicht ist der auch AFK. Ja, nur irgendwann ist die Folge zu lang. Sind schon mal 30 Minuten. Oh. Ich kenne mal. Wird geschnitten. Was? Bei mir wird nichts geschnitten. Doch, so in zwei geschnitten und dann zwei Folgen draus machen. Fertig. Nö. Ich lasse das als eine Folge. Ich muss gucken. Ich muss doch auch noch abmoderieren. Beziehungsweise du. Was? Ja, natürlich. Ich muss gar nichts. Doch. Nein. Das ist ein Befehl. Ich habe den Befehl ja nicht mal verstanden. Das ist ja der Scherz. Ach so. Ich sagte, ich muss ja noch eine Abmoderation machen. Beziehungsweise du musst eine machen. Das ist die Abmoderation ganz einfach. Ciao. Fertig. Ach, du bist ja langweilig. Warum die Leute zu etwas auffordern, was wir eh nicht wollen? Wieso auffordern? Ja, ich würde dir nicht auffordern. Daumen hoch oder abonnieren. Ach, Quatsch. So etwas habe ich nie nötig. Ich wollte noch einen schönen Tag wünschen und dass ich hoffe, dass sie Spaß hatten. Dass ihnen das gefallen hat. Spaß hat und das denen gefallen hat. Dann haben sie auch bis zum Ende geguckt. Und dass sie mich freuen würden, wenn sie dann nächste Woche wieder einschalten. Siehst du, das ist wieder auffordern. Das ist kein auffordern. Das ist einfach nur... Das ist eine Aufforderung. Ich zeige nur Tatsachen auf. Also wenn sie nächste Woche wieder einschalten würden, dann würde ich mich auch sehr freuen. Klasse. So. Da ist das Gefecht zu Ende. So, was mache ich mit den Erfahrungen jetzt? Weiß ich doch nicht. Äh, investieren. So, ich lasse mal schön nachmachen. Nutze sie weise. Nicht alles für Drohungen und Alkohol ausgeben. Was, jetzt die Erfahrung? Ja. Brauche ich nicht. Das Ding ist fertig. Gut. Dann, äh... Machen wir mal Ende hier. Sonst wird mir die Folge noch zu lang. Ja, sag ich doch. Wie, willst du kein Tschüss sagen? Nein, ich sag kein Tschüss. Tschüss, ihr Tschüss. Denn nicht. Denn, äh... Hoffe ich zumindest, dass ihr Spaß hattet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.